Moin zusammen, hier ist Eurie. Heute am Montag, 20 Uhr, ist es wieder soweit. Ich lade euch ganz herzlich ein zu einem weiteren Stream auf Twitch. Und zwar werden wir ein Spiel spielen, was es tatsächlich als kleines Let's Play hier auf meinem Kanal schon mal gab. Vielleicht hat es der eine oder die andere von euch mal entdeckt. Ich verlinke es euch nochmal in der Videobeschreibung. Und zwar werden wir dieses Spiel hier spielen, das Witcher-Abenteuerspiel oder Adventure-Spiel. Ein Brettspiel, aber wir werden nicht das Brettspiel an sich spielen, obwohl ich es, wie gesagt, hier als Brettspiel auch habe. Ich finde es ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Es gibt davon eine Videospiel-Adaption, die werden wir uns anschauen. Und die werden wir spielen. Ein Brettspiel, was meines Erachtens sehr gut in die Welt des Hexers Geralt eintauchen lässt. Wir haben die Möglichkeit zu spielen als Geralt selbst, als Triss, als Jarpin, Sigrin, der bekannte Zwerg oder als Rittersporn. Und können uns den Weg durch die Welt und das Universum des Witchers, des Hexers schlagen können. Bekannte Charaktere treffen voraus oder überwiegend aus den Büchern. Das Ganze ist so ein bisschen angesiedelt, würde ich sagen. Tatsächlich rund um die Bücher, so vom Setting. Und das schauen wir uns gemeinsam an. Ich freue mich sehr darauf. Wie gesagt, lade euch ganz herzlich ein, heute Abend, 20 Uhr, auf Twitch. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.